Frohes neues und gesundes Jahr erstmal an alle meine Zuschauer und herzlich willkommen. Wir gucken uns die aktuelle Nachrichtenlage, ihr hört das vielleicht auch im Hintergrund an, denn ich nehme dieses Video um exakt elf Minuten nach Neujahr 0 Uhr auf. Und was jetzt schon alles in Berlin und deutschlandweit los ist, kannst du dir wirklich nicht mehr vorstellen. Wasserwerfer sind auch in Deutschland, in Berlin speziell im Einsatz. Absolute Eskalation. So, deswegen jetzt ein Abo dalassen und wir sehen das hier. Einmal die Bild berichtet hier ganz aktuell. Ich bin ein bisschen abgelenkt, ehrlich gesagt, durch das Feuerwerk. Sorry dafür. Sie hatten Molotow-Cocktails und Grillanzünder dabei. Das ist auch eine interessante Kombination. Neun Festnahmen. Bislang. Wir sind um elf Minuten nach 0 Uhr angekommen, Leute. Das kannst du dir nicht mehr vorstellen. Ich habe ja schon vorher drüben im Olli-Investiert-Kanal und im Olli-Reddit-Kanal drüben berichtet, was hier für eine Eskalationsstufe mittlerweile erreicht ist in Deutschland. Bei diesen Feierlichkeiten, die ausgenutzt werden von einer gewissen Klientel für ihre, wie will man es auch immer nennen, für ihre Eskalation. Anders kann man es doch nicht mehr nennen. Und dann sehen wir das Ganze ja hier, wie die mit den Einsatzkräften hier überall unterwegs und aktiv sind. Im Live-Ticker das Ganze hier am Laufen. Und dann sehen wir nämlich zum Beispiel hier auch mit Video. Guckt euch das sowas in Ruhe mal an. Und per Ex sind sehr, sehr viele auch Handy-Videos von dem einen oder anderen Protagonisten bei, wie die dann auch die Raketen schön horizontal starten. Das kannst du dir nicht mehr vorstellen, als ob du in der Irrenanstalt angekommen bist. Leute, sowas ist super gefährlich. Aber das sind ja alles Fachkräfte für Pyrotechnik, die wir jetzt hier im Lande haben, die sich vollkommen gerne damit auslassen offensichtlich. Ja, Polizeiaufgebot in Berlin-Neukölln, Wasserwerfer unterwegs. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist interessant, dass auf der einen Seite, da gab es einen ziemlichen Eklat per Ex und so weiter, dass die Polizei ja vor Jahren die Rentner niedergeknüppelt hat. Ich habe es in einem anderen Video bereits ja auch schon so tituliert. Denn was da passiert ist, was man über die C-Zeit mit Spaziergängen und alles drum und dran gemacht hat. Und wie man auf der anderen Seite dann jetzt ein Video veröffentlicht, greift uns nicht an. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Wenn wir uns angucken, wie die Polizei Berlin speziell bei Ex darüber berichtet, wir aktualisieren jetzt hier mal an der Stelle. Und da sehen wir hier, wie zum Geburtstag bei mir am 14.12. letztens, wird da hier auch gratuliert zum neuen Jahr. Finde ich geil gemacht bei Ex, also ganz, ganz viel passiert. Hier machen sie kurze Pause jetzt mal. Ja, gerade dann, wenn es richtig losgeht. Aber wartet mal ab. Es ist wirklich Wahnsinn. Wenn man sich hier die verschiedenen Nachrichten hier durchliest, was in Berlin gerade abgeht, da bin ich froh, dass ich in diesem Städtchen nicht mehr wohnen muss. Hier, in Rummelsburg steht ein Betrunkener mit einer Flasche in der Hand mitten auf der Straße und läuft Gefahr, überfahren zu werden. Interessant. 15 auf 1 hieß es gerade in Neukölln. Wir fahren gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr, was auch immer das ganz genau bedeuten soll. Oder hier in Neukölln steht einer vorm Haus, will rein und was klären. Der Anrufer irgendwie nicht. Als wir ankommen, ist das schon weg. Uneinigkeit zwischen dem Anrufer und einem Türsteher vor einem Club in Mitte. Es geht wohl um Geld. Wir hören uns das an, heißt es hier. Aber ich hatte hier gerade auch noch irgendwas mit einer, ich sag mal dem SEX-Bedürfnis gelesen, dass das jemand am Fenster gemacht hat. Also Leute, eine Nachricht ist krasser hier als die andere. Und nochmal, das ist der Original-Polizei-Account von der Polizei Berlin. Wir gehen gerne noch ein paar durch. Fünfer sind Ruff und Baujurist, na gut, das ist Berliner Richter, das check ich nicht. Auch in Lankwitz sollen Busse mit Pyro beschossen werden. Was heißt hier sollen Busse mit Pyro beschossen werden? Sollen worden sein, müsste es heißen. Und nicht sollen werden, oder? Man muss mit der Formulierung halt ein bisschen aufpassen, sonst wird das vielleicht sogar als Aufforderung wahrgenommen. Drei Jugendliche in dunkler Kleidung haben in Heiligensee eine Bushaltestelle angezündet. Okay, lassen wir mal so im Raum stehen. Ein Jugendlicher zündet zwischen geparkten Autos in Tegel-Feuerwerkskörper. Ein Anrufer macht sich Sorgen. Ich zahle Miete, ich kann hier machen, was ich will, sagt der Nachbar, nachdem der Anrufer ihn auf die laute Musik in der Wohnung hinwies. Unser Kollege klärten den Nachbarn über seine Rechte auf, heißt es hier. Alarmanlage in Lankwitz hat aufs Böller reagiert. Ja gut, das ist ja noch harmlos, das ist ja noch entspannt, wenn man sich das anguckt. Aber hier in Mitte Böllern, Jugendliche im Treppenhaus, natürlich, ja klar, man geht ja nicht raus. Ist doch alles Tischfeuerwerk, Leute. Ne Leute, wisst ihr, was hier mittlerweile abgeht und passiert, ist wirklich nicht mehr feierlich. Und wenn ich hier rausgucke, ich bin froh, auf dem Land zu wohnen, der Nachbar von Livestreams von früher, wenn das einige kennen, hier so zur linken Nachbar und da drüben einer der Nachbarn, die immer wieder ein bisschen gerne geböllert haben, was sollen sie machen, damit passiert ja nichts. Weißt du, die sehen jetzt auch draußen, dass hier noch ein Büro Licht ist und die halten jetzt nicht eine Rakete hier gezielt auf dieses Räumlichkeit von mir, auf das Fenster. So was passiert halt in Berlin. Oh, da hört eine Licht an, da ist ein Balkon oder sonst was. Da versuchen wir mal einen abzuknallen. Absoluter Wahnsinn. Hier in Kreuzberg randaliert ein Typ und wirft Roller um. Brennt der Vorderreifen eines E-Scooters. Jugendgruppe beschießt und bepöbelt Passanten. Und solche Nachrichten liest man ellenlang. Ich habe vorhin so ein bisschen den Feed mal durchgescrollt und alles. Und ihr seht ja, anhand der Menge, das findet man ja nicht mehr alles hier komplett wieder, weil es so viele Nachrichten sind. Und wenn man sich überlegt, dass es ja im letzten Jahr, also beim Wechsel von 22 auf 23, hunderte Taten gab, davon, dann waren es irgendwie 145 um den Dreh, um die 150er-Kante, wurden zur Anzeige gebracht und dann auch vor Gericht gestellt. Kein einziger ist hinter Gitter gekommen. Kein einziger. Wo es aber tatsächlich bei vielen davon schon Vorstrafen gab. Alles drum und dran. Das ist unfassbar. Hier, Buschfeuer in Kreuzberg. Das passiert ja bei der Regensituation jetzt nicht zufällig, weil eine Rakete da irgendwie landet oder ein Böller da reinfliegt. Das ist doch gezielt, was hier passiert. Was haben wir in unserem Land jetzt hier zu tun? Was geht hier ab? Zehn Personen sollen vorm Späti in Neukölln stehen. Was auch immer das jetzt für eine Info ist. Ja, da können die ja davor stehen. Aber wenn die jetzt hingehen und da Randale machen und da rein wollen und der hat aber gar nicht geöffnet, wer weiß. Also, das sind teilweise auch Nachrichten, wo ihr denkst, bringt das was? Hier, Böller, wird ein Böller durch, wird eine durch Böller gesplitterte Scheibe gemeldet. Sorry, so rum ist es. Ich bin auch echt übermüdet. Aus Marienfelde war das. Man ruft uns nach Hellersdorf. Man hat gemeinsam reichlich Alkohol genossen, aber nun will die Freundin nicht gehen. Unser Kollege, komm hin, aber die Freundin ist dort gemeldet. Kann also bleiben. Der wollte die rausschmeißen, obwohl die da wohnt, Leute. Ja, das ist halt auch der Knaller. Ja, warum geht die Alte denn nicht? Nein, solche News sind einfach nur der Knaller. Wir aktualisieren gerne hier auch nochmal den Live-Dicker bei der Bild. Aber die sind natürlich jetzt gerade eher auch wohl einen am Trinken, ansonsten was hier am Machen und am Arbeiten. Am Augustusplatz sind derweil 100 Leute, es fliegen Böller, aber die Lage ist weitgehend friedlich. Ja, was auch immer das heißen mag. Hier zum Beispiel Polarzeieinsatz in Heideck-Sieglung. Also, wenn ich das schon sehe, wie dicht das hier an den Polizisten dran ist, Raketenexplosion am Alexanderplatz. Da gab es auch sehr, sehr unschöne Bilder in den letzten Jahren eigentlich immer und immer wieder. Und gerade auch in Köln auf der Domplatte. Aber gut, das ist ja alles easy und machbar mit einer Handlänge oder Armlänge Abstand. Handlänge nicht mehr als 100 Festnahmen hier noch vor Mittermacht. Da hat die Berliner Polizei mehr als 100 Menschen im ganzen Stadtgebiet wegen gefährlicher Böllerei und anderen Verstößen vorlässig festgenommen. Anderen Verstößen ist auch nett ausgedrückt. Also, ich werde morgen auf jeden Fall natürlich ganz ausführlich und richtig detailliert darüber berichten, was genau passiert ist. Ich bin gespannt, was wir für Informationen bekommen, weil gerade im letzten Jahr war es doch der Herr Kai Wegner von der CDU, der jetzt der regierende Bürgermeister ist, der ja auch unter anderem nach den Vornamen der Täter gerufen hatte, nach diesen Vorfällen. Und ich frage mich, ob das dieses Jahr dann auch veröffentlicht wird. Ich bezweifle es, aber ich halte euch natürlich im Laufenden. Dementsprechend jetzt nochmal alles Gute, viel Gesundheit vor allem und Freiheit für uns alle, wünsche ich euch. In diesem Sinne, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.